Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute gibt es ein Foto aus New York City und das möchte ich mit dir zusammen in Lightroom bearbeiten. Du siehst also meinen kompletten Lightroom Workflow. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann hast du dieses Foto auch als RAW-Datei zugeschickt bekommen bzw. den Link zum Download. Wenn du noch nicht in diesem Newsletter eingetragen bist, aber in Zukunft auch kostenlose RAW-Dateien bekommen möchtest, immer mal wieder gibt es zu einem Video auch einfach mal so eine kostenlose RAW-Datei mit dazu, dann solltest du unbedingt unten mal in der Videobeschreibung den Link anklicken und da kannst du dich kostenlos zu meinem Newsletter anmelden. Es gibt ab und zu auch mal wieder einfach ein paar nützliche Informationen, aber das Ganze ist komplett kostenlos und da kommt auch kein Spam. Also, wenn du das machen möchtest, dann tu das auf jeden Fall. Ansonsten ist auch mein Bildbearbeitungskurs zum Thema New York City draußen. Da bearbeite ich insgesamt fünf verschiedene Fotos, sowohl in Lightroom als auch in Photoshop. Wenn du da Interesse hast, dann melde dich auch auf jeden Fall in dem Newsletter an, denn als kleines Willkommensgeschenk gibt es da auch einen Auszug aus diesem Videotraining. Fast eine Stunde geht er und da wird auch ein Bild von A bis Z in Lightroom und in Photoshop bearbeitet und dann kannst du dich ja entscheiden, ob du diesen Kurs kaufen möchtest oder nicht. Ansonsten kümmern wir uns jetzt hier um dieses Bild und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Lass uns hier direkt starten und das Erste, was ich machen möchte, ist den Weißabgleich ein bisschen einstellen, denn ich finde, dass er noch so ein bisschen gelbstichig ist und ich möchte das Ganze mehr so ein bisschen Richtung Nacht bringen. Und von daher möchte ich die Farben so ein bisschen kühler machen, denn in der Nacht hat man ja mehr so Blau- und Grüntöne und deswegen gehe ich hier einfach mal mit dem Farbwert runter so auf ungefähr 2700. Das sollte ganz gut passen. So, finde ich, sieht das Ganze schon recht gut aus. Genauso möchte ich die Tönung hier noch so ein bisschen runternehmen, nicht so sehr Magenta-lastig machen, sondern ruhig so ein bisschen mehr Richtung Grün und ich denke mal hier so, ja, minus drei ungefähr. Das passt schon ganz gut so weit. Dann werde ich auf jeden Fall hier die Lichter etwas abdunkeln und die Tiefen etwas aufhellen. Das ist immer so mein Standardprozess, wenn ich hier mit RAW-Dateien arbeite, einfach um den Dynamikumfang so ein bisschen zu erhöhen. Und ja, hier bekommt man gleich viel mehr Informationen, sowohl in den Schatten als auch in den Lichtern. Natürlich haben wir hier Stellen, die völlig ausgebrannt sind, aber das finde ich in dem Moment gar nicht so schlimm, denn das lässt das Ganze so ein bisschen realistisch wirken. Und außerdem finde ich diesen Effekt hier mit diesen sternförmigen Schlichtstrahlen hier richtig cool. So, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Kontrast wieder reinbauen, denn durch diese Dynamikerweiterung haben wir hier schon Kontrast auch verloren. Und deswegen haue ich hier einfach so ein bisschen Kontrast wieder rein. Ungefähr plus 28 ist in Ordnung. Dann werde ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen mich mit der Klarheit beschäftigen. Das heißt, hier die Klarheit kann man so ein bisschen erhöhen. Ich denke mal auf ungefähr plus 18 ist in Ordnung. Und ich werde die Sättigung noch ziemlich doll rausnehmen sogar, weil ich das später dann über das sogenannte Split Toning wieder so ein bisschen einfügen möchte. Aber ich denke mal hier so, in der Nacht ist das sowieso alles ein bisschen entsättigt von den Farben und denke, da passt es hier so ganz gut. So viel zu den Grundeinstellungen. Viel mehr will ich hier gar nicht machen und ich hoffe, das passt soweit alles. Dann werde ich mal hier weiter runter gehen in die Gradationskurve. In der Gradationskurve kann man eine ganze Menge machen. Man kann sowohl Helligkeiten verändern, man kann aber auch in die einzelnen Farbkanäle reingehen und Farben verändern. Ich beschränke mich jetzt hier mal auf die Helligkeiten und ich möchte dem ganzen Bild noch so einen kleinen Look geben. Und wenn du meine Tutorials verfolgst, dann wirst du das mich schon öfter machen sehen. Ist das jetzt ein richtiger deutscher Satz gewesen? Ich weiß es nicht genau, aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall so ein bisschen die Schwarzwerte anheben und die Weißwerte so ein bisschen abdunkeln und dann aber in den Mittelwerten wieder so ein bisschen Kontrast aufbauen. Und das mache ich einfach, indem ich mir zwei Punkte setze und die dann so ein bisschen nach oben und nach unten schiebe, dass ich die ganze Kurve so ein bisschen als S-Kurve hier aufbaue. Ja, du siehst jetzt hier, hier ist so ein kleines S drin, das heißt also die Schwarz- und Weißwerte sind ein bisschen angehoben, ein bisschen abgedunkelt und zwischendrin baue ich dann wieder Kontrast auf und dadurch kriegt das Bild so einen ganz eigenen Look irgendwie. Dann gehe ich noch weiter runter und hier kommt jetzt das Split-Toning oder wie es in Deutsch heißt, die Teiltonung ins Spiel. Das heißt also, ich kann hier die Lichter und die Schatten jeweils einfärben und das getrennt voneinander. Und das ist richtig cool, das will ich mir jetzt hier auch zunutze machen. Und da gibt es einen ganz coolen Trick, ich kann jetzt hier den Farbton einstellen und hier unten die Sättigung. Solange die Sättigung hier aber auf 0 steht, ist das Ganze ja quasi nicht sichtbar, weil halt keine Farbe reinkommt ohne Sättigung, funktioniert das halt nicht. Jetzt könnte ich hingehen und sagen, hier, ich stelle die Sättigung auf 100 und drehe sie dann später wieder so weit runter, wie ich sie gerne hätte. Aber ich kann auch einfach die Alt-Taste drücken und dann wird mir temporär dieser Farbton, den ich hier einstelle, immer mit einem Wert von 100 in der Sättigung angezeigt. Und das ist richtig cool und dadurch spare ich ein bisschen Zeit. Und ich werde mir jetzt hier mal so einen Farbton raussuchen, wie ich die Lichter einfärben will. Und ich finde das immer ganz cool, wenn man in der Nacht so ein bisschen die Lichter ein bisschen gelb-orange einfärbt. Und ich denke mal, dass man hier so einen ganz guten Ton gefunden hat. Wenn ich die Alt-Taste dann wieder loslasse, dann verschwindet dieser Effekt erstmal wieder komplett. Aber den kann ich jetzt durch die Sättigung hier unten so ein ganz bisschen wieder mit reinbauen. Und ich möchte das auch gar nicht viel machen. Also ich denke mal, eine Sättigung von 14 reicht hier vollkommen aus. Und genau das Gleiche mache ich jetzt mit den Schatten nochmal. Und die möchte ich jetzt hier so ein bisschen mehr Richtung Blau einfärben. Ich denke mal, hier so einen Wert von 205, 206 ungefähr ist ganz cool. Und dann baue ich auch hier die Sättigung wieder mit rein. Allerdings auch nicht viel. Na, so ungefähr 10. Das sollte schon ausreichen. Dadurch hat das ganze Bild jetzt aber einen richtig coolen Look bekommen. Und der gefällt mir so ganz gut. Dann werde ich das ganze Bild schärfen. Und das mache ich, indem ich hier einmal mit einem Klick auf 100% reinzoome. Du siehst jetzt auch schon, dass das Bild relativ scharf ist. Ich habe hier mit einem 50mm, mit einer 50mm Festbrennweite fotografiert. Die ist von Haus aus relativ scharf. Aber ein bisschen Schärfe kann trotzdem nicht schaden. Ich habe hier immer so meinen Standardwert von 80. Zoome dann wieder raus. Und mit dem Maskierenregler kann ich das Ganze dann hier noch so ein bisschen ausblenden. Wenn ich dabei die Alt-Taste drücke, dann wird mir das Ganze auch in der Maske angezeigt. Alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Das kennst du schon soweit. Und genau, das kann man jetzt hier so machen. Wenn du das Ganze noch nicht kennst, wenn dir das Ganze hier noch nicht so vertraut ist mit Lightroom, dann schau einfach mal meine älteren YouTube-Videos an. Da wirst du eine ganze Menge dazu finden. Und da wird eigentlich jedes Thema irgendwie schon mal ein bisschen behandelt. Dann gehe ich noch weiter runter in die Objektivkorrekturen. Ich werde jetzt hier meine Profilkorrekturen aktivieren, meine chromatischen Operationen entfernen. Genau, das ist eigentlich alles so Standard. Dann habe ich die Kamera so ein ganz bisschen nach oben gekippt. Du siehst es jetzt hier an den Häusern, dass die vertikalen Linien nicht ganz gerade sind. Und das kann ich ganz einfach beheben, indem ich hier einmal auf Auto drücke. Und dann sollte Lightroom automatisch das Ganze hier perfekt gerade ausrichten. Genauso soll es sein. Sehr schön. Und dann werde ich das ganze Bild noch so ein bisschen zuschneiden. Und dafür nutze ich hier oben das Werkzeug hier, das Freistellen-Werkzeug. Und wenn ich hier meine Proportionen des Bildes beibehalten möchte, also diesen Radius von 3 zu 2, dann kann ich hier einfach meine Shift-Taste drücken. Und dann siehst du, wenn ich jetzt hier das Bild unten anfasse, dass trotzdem die Proportionen hier erhalten bleiben. Ich möchte das Ganze aber hier noch so ein bisschen näher heranzoomen. Einfach damit man hier sich noch ein bisschen mehr auf die Manhattan Bridge konzentriert und nicht zu viel Vordergrund hier hat. Wenn ich hiermit fertig bin, kann ich einfach auf OK drücken oder hier unten auf den Button Fertig. Und dann wird das Ganze bestätigt und wir haben das Bild perfekt zugeschnitten. Sehr schön. Dann werde ich auf jeden Fall hier noch so ein bisschen, wenn ich jetzt hier noch weiter runtergehe, so ein bisschen Dunst entfernen. Und das hilft eigentlich auch immer ganz gut, so ein bisschen Kontrast noch mit ins Bild zu bringen. Und dementsprechend nutze ich den hier auch ein bisschen stärker. Ich denke mal, so plus 28 ist ein ganz guter Wert, mit dem man mal arbeiten kann. Ja, so eine kleine Vignette mache ich vielleicht auch noch mal rein. Nicht zu doll. Ich denke mal, hier so minus 14 reicht vollkommen aus. Und dann habe ich hier unten noch die Kamerakalibrierung. Und die Kamerakalibrierung ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, womit man noch sehr cool die Farbigkeit des Bildes verändern kann. Du siehst jetzt hier, dass ich die Rotwerte, die Grünwerte und die Blauwerte, also RGB, kann ich jeweils noch in dem Farbton und in der Sättigung verändern. Und das ist sehr, sehr mächtig. Und das möchte ich dir jetzt hier an diesem Beispiel mal zeigen. Ich möchte zum Beispiel mal die Grünwerte ein bisschen mehr Richtung Gelb verändern. Und dementsprechend ziehe ich hier den Regler einfach mal so ein bisschen weiter nach links. Und du siehst schon, was mit der Farbigkeit des Bildes passiert. Und genau das Gleiche möchte ich jetzt hier auch mal mit den Blauwerten machen, die so ein bisschen mehr Richtung Türkis bringen. Und wenn ich das hier tue, dann bekommt das Bild nochmal eine ganz eigene Farbigkeit. Ich kann das ja hier oben nochmal ausschalten, indem ich hier einfach auf diesen kleinen Button hier drücke. Und dann sieht man hier auch nochmal den Vorher-Nachher-Effekt. Es ist nicht doll, aber es bringt schon nochmal ein bisschen was in der Farbigkeit. Ja, das war es schon wieder zu diesem Bild. Du siehst also, es ist gar nicht so ein großes Hexenwerk, sondern das ist wirklich auch viel in der Kamera schon so gemacht, dass es am Ende so aussieht. Und ich hoffe, du konntest da ein bisschen was mitnehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen hast, kommentiere hier unten in der Kommentarfunktion. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, dann abonnier auf jeden Fall meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten würde ich mich darüber freuen, wenn du mich auch bei Instagram addest. Da heiße ich stefanschäfer90. Und da kommen auch immer wieder ganz aktuelle Bilder, sowohl aus New York als auch aus Dubai aktuell. Und natürlich hoffentlich auch bald mal wieder ein paar Berlin-Fotos. Wie gesagt, wenn du Interesse an dem gesamten Paket hast, der Bildbearbeitungskurs zu New York City ist inzwischen draußen. Und da einfach mal unten den Link in der Videobeschreibung abchecken. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich dann im nächsten Video hier wieder begrüßen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Bis zum nächsten Mal.